Paul Robin Krugmann ist ein US-amerikanischer Professor für Volkswirtschaftslehre an der Princeton University. Centenary Professor an der London School of Economics. Sachbuchautor und Träger des Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften 2008. Der Krugmann ist Begründer der neuen ökonomischen Geografie. In den Vereinigten Staaten ist er besonders durch seine wöchentlichen Kolumnen in der New York Times über Fachkreise hinaus bekannt geworden. Biografie Krugmann wuchs auf Long Island in einer amerikanischen Mittelschichtfamilie auf. Sein Vater war Versicherungsmanager, sein Großvater ein jüdischer Einwanderer aus Weißrussland. Nach der High School studierte er Volkswirtschaftslehre und erwarb 1974 einen Bachelor of Arts an der Yale University. Im Jahre 1977 schloss er seine Doktorarbeit am Massachusetts Institute of Technology mit einer Arbeit über flexible Wechselkurse ab. Im September 1977 wurde er Assistenzprofessor an der Yale University. Ab 1979 arbeitete er dann zusätzlich als Gastassistenzprofessor auch am MIT. 1980 wechselte er als Associate Professor ans MIT. Gleichzeitig gehörte er von September 1982 bis August 1983 zusätzlich als Berater für volkswirtschaftliche Fragen dem Rat der Wirtschaftsberater der Regierung unter Präsident Ronald Regen an. Rückblickend betonte er, dass seine kritischen Argumente gegenüber den politischen Entscheidungen während dieser Zeit nur wenig Gehör fanden. 1984 stieg er am MIT zum ordentlichen Professor auf. 1994 wechselte er vorübergehend an die Stanford University, kehrte jedoch 1996 ans MIT zurück. Seit Juli 2000 ist er Professor in Princeton, außerdem lehrt er als Centenary-Professor regelmäßig an der London School of Economics. 2014-15 wechselt er von Princeton zu der City University of New York, wo er als Professor lehren und über die Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen forschen will. Krugmann ist mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Robin Wells verheiratet. Zusammen mit seiner Frau veröffentlichte Krugmann zwischen 2004 und 2006 Economics ein Lehrbuch über Volkswirtschaftslehre, sowie je ein Lehrbuch über Mikro- und Makroökonomie, wirtschaftspolitische Standpunkte. Krugmann bezeichnet sich selbst als Free Market Keynesian. Er möge freie Märkte, befürworte aber gleichzeitig Staatseingriffe, um Marktversagen zu korrigieren und Stabilität zu bieten. Einzelne seiner marktfreundlichen Kommentare hätten die politische Linke erzürnt und seien Milton Friedman und Margaret Thatcher gegenüber freundlich gewesen. Mit dem Essay Juwas Milton Friedman, der sich kritisch mit dem wissenschaftlichen Erbe Friedmans auseinandersetzt, stieß Krugmann Anfang 2007 eine lebhafte Debatte an. In dem Essay beschreibt er Friedman als großen Ökonomen und großen Mann, kritisiert aber gleichzeitig Friedmans öffentliches Auftreten. Bei dem es einige ernsthafte Zweifel an seiner intellektuellen Redlichkeit gegeben habe. In einer umfassenden Betrachtung von Friedmans wissenschaftlichen Leistungen und ihrer politischen Implementierung kommt Krugmann zu dem Schluss, dass der Monetarismus überholt und nur noch ein Schatten seines früheren Selbst sei. Es könne außerdem mit gutem Grund gesagt werden, dass der Friedmanismus als Lehre und bei seiner praktischen Anwendung zu weit gegangen sei. 2007 veröffentlichte Krugmann Conscience of a Liberal, das sich mit der Geschichte der Einkommensverteilung und Vermögensverteilung in den USA des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt, worüber Emanuel SAEZ und Thomas Piketty intensiv geforscht haben. Krugmann vertritt die Auffassung, dass anders als vielfach angenommen, die seit den 1980ern entstandene Vermögens- und Einkommensungleichheit großteils aus politischen Entscheidungen, insbesondere Besteuerung, resultiert. In diesem Zusammenhang unterscheidet Krugmann vier wichtige Phasen der US-Wirtschaftsgeschichte, The Long-Gilded AGE, The Great Compression, Middle Class America, The Great Divergence. Die erste Phase ist von einer großen Einkommens- und Vermögensungleichheit geprägt. Die zweite Phase beginnt mit dem New Day für zur bisher größten Angleichung von Einkommen und Vermögen in den USA, die zur 3. Phase beiträgt. Die vierte Phase habe seit den 1980er Jahren bis zum heutigen Takt zu einer noch größeren Einkommens- und Vermögensungleichheit geführt als Anfang des 20. Jahrhunderts. In der aktuellen Auseinandersetzung um die wirtschaftspolitische Bewältigung der Wirtschaftskrise wirft Krugmann den vorherrschenden ökonomischen Modellen vor, keine adäquate Antwort auf die aktuellen Probleme zu haben, da die Modelle zu starke Annahmen bezüglich der Rationalität der Akteure hätten. Krugmann befürwortet zwar grundsätzlich die Verwendung von volkswirtschaftlichen Modellen, da sie die Möglichkeiten der Einsichten deutlich vergrößern. Auch hat Krugmann kein Verständnis für Menschen, die unrealistische Annahmen von Modellen kritisieren und es ihrerseits vermeiden. Ihre eigenen Annahmen präzise zu definieren, laut Krugmann sind Modelle Metaphern, aber nicht die Wahrheit. Er warnt aber davor, Formalisierung und Mathematisierung zu einem Selbstzweck zu machen. Modelle müssten auf einer realistischen Beschreibung menschlichen Verhaltens basieren, so sollten Modelle zum Beispiel berücksichtigen, dass Menschen nicht nur rational agieren. Paula Samuel Sanz 1948 veröffentlichtes Lehrbuch Economics passe besser auf die aktuelle Wirtschaftskrise als viele moderne Studien. In Umweltfragen plädiert Krugmann für eine engagierte marktbasierte Klimaschutzpolitik. Er betont, dass Klimaschutz die Wirtschaft nur geringfügig belasten wird. Und verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie des Kongressional Budget Office. Die Behauptungen von politisch-konservativer Seite über angeblich drohende hohe Kosten durch Klimaschutzpolitik hält Krugmann für eine politische Masche. Die Konservativen würden ihr übliches Vertrauen in die Innovationskraft der Märkte verlieren, wenn sie der Wirtschaft nicht zutrauten, mit Klimaschutzpolitik zurechtzukommen. Bei der Frage nach dem bestgeeigneten Modell favorisiert Krugmann den Emissionsrechtehandel, da er eine Lösung über Besteuerung in den USA derzeit nicht für politisch durchsetzbar hält. Auf internationaler Ebene schlägt er vor, mit CO2-Zertifikaten und Zöllen positive und negative Anreize zu setzen. Um Schwellenländer wie China in eine globale Klimaschutzpolitik einzubinden, Krugmann warnt nachdrücklich vor den Folgen von Untätigkeit. Einer Argumentation von Martin Weizmann folgend plädiert er dafür, dass in erster Linie die bestehende Möglichkeit einer Klimakatastrophe die politische Entscheidungsfindung leiten sollte. In seiner 1998 erschienenen Essaysammlung The Accidental Theorist kritisierte Krugmann Aspekte einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik und den Goldstandard, befürwortet jedoch auch Niedriglöhne in Entwicklungsländern und kritisierte bestimmte staatliche Eingriffe in den Arbeitsmarkt. Zu Beginn der weltweiten Finanzkrise empfahl Krugmann Anfang 2008 der US-Politik einen wohlwollenden Blick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse in Europa, das er nach Jahren wirtschaftlicher Probleme als Comeback-Continent sah. In der Euro-Krise kritisiert Krugmann eine an deutsche Austeritätspolitik gebundene Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und sprach sich 2010 dagegen für eine antizyklische Finanzpolitik aus, dass Griechenland und Irland durch die auferlegte Sparpolitik in Depressionen verfielen, sah Krugmann 2011 als volle Bestätigung der Einsichten von Keynes an. 2012 hielt er ein Ausscheiden Griechenlands aus der Europäischen Währungsunion für unausweichlich. Griechenland war wahrscheinlich dem Untergang geweiht, seitdem wir das erste Mal die Wahrheit über den Haushalt des Landes gehört haben. Krugmann gehörte 2015 zuerst zu den Unterstützern der neuen von Alexis Tsipres geführten Regierung. Später zeigte er sich enttäuscht von der Kompetenz der Regierung, Rezeption. Manchmal wird Krugmann offene Parteilichkeit vorgeworfen, andere Kommentatoren hingegen sehen Krugmann als ideologisch farbenblind an. Irwin Elle Kullier schreibt über Krugmann in einem Nachwort zu einem seiner Bücher, das er durch die Kolumnen, die er seit 2000 für die New York Times verfasst, zum bekanntesten Intellektuellen der USA wurde und für George W. Bush zum bedrohlichsten politischen Bösewicht. Auch wenn viele seinen Stil als zu schrill ansehen würden und die Attacken auf Bush an der Grenze zur Majestätsbeleidigung seien, habe Krugmann sich aufgrund seiner Fähigkeit, auch laienwirtschaftliche Zusammenhänge begreiflich zu machen, viele treue Leser gewinnen können. Im Zusammenhang mit dem Wechsel von Princeton zu der City University of New York wurde teilweise kritisiert, dass die Professorenstelle mit vermutlich 250.000 US-Dollar dotiert ist. Das ist in etwa das Vierfache des Durchschnittseinkommens eines Haushaltes in New York. Es sei heuchlerisch ein hohes Gehalt zu kassieren, obwohl der Forschungsauftrag zur Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen erteilt wurde. Dagegen wurde vorgebracht, dass einige konservative wirtschaftswissenschaftliche Forschung zur Ungleichheit fälschlich mit Kommunismus gleichsetzten. Krugmann plädiere nicht dafür, dass alle ungeachtet ihrer Qualifikation dasselbe verdienen sollen, sondern dafür, dass Ungleichheit durch höhere Steuersätze für Reiche abgemildert werden solle. Zudem werde Krugmann für den Wechsel vermutlich Einkommenseinbußen hinnehmen. Da Princeton für derart profilierte Professoren üblicherweise 300.000 US-Dollar-Zahle, Auszeichnungen und Preise. Für seine Forschungen und Arbeiten wurde er 1991 mit der John Bates Clark-Medaille als bester Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet. Ein Jahr später ließ sich Bill Clinton in seiner Zeit als Präsidentschaftskandidat von Krugmann beraten, verschaffte ihm jedoch nach der Wahl keinen Posten im Weißen Haus. So baute Krugmann seine Nebentätigkeit als Sachbuchautor und Kolumnist von Publikums- und Spatenzeitschriften aus. Neben regelmäßigen Artikeln für Nachrichtenmagazine wie Fortune, Foreign Affairs und Slate schrieb er einige Bücher für ein breiteres Publikum, in denen er besonders die Arbeit der Wirtschaftsexperten im Clinton-Kabinett kritisierte. Das Münchner Center for Economic Studies ehrte Krugmann 1997 als Distinguished CES Fellow. Im Jahre 1998 verlieh ihm der Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin die Ehrendoktorwürde. Zwei Jahre später wurde ihm in Nürnberg der Horst-Regtenwald-Preis für Nationalökonomie zuerkannt. Für seine Leistungen als Wirtschaftswissenschaftler erhielt er 2004 den Prinz von Asturien-Preis. Den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis 2008 erhielt er insbesondere für seine Analyse von Handelsstrukturen und Standorten ökonomischer Aktivität. Das Gebiet wird der New Trade Theory und der neuen ökonomischen Geografie zugeordnet. Die Annahmen der alten Außenhandelstheorie werden hierbei durch solche ersetzt, die der historischen Realität besser angepasst sind. Dadurch werden Erklärungen möglich, wieso entgegen den Voraussagen der älteren Theorie der freie Handel nicht zu einem weltwirtschaftlichen Gleichgewicht geführt hat, sondern dass regionale Disparitäten und Agglomerationseffekte entstehen können. Wenn etwa Bedingungen berücksichtigt werden wie geänderte Produktionsfunktionen, die Transportkosten, die Marktstrukturen und bestimmte außenhandelspolitische Strategien. 2010 erhielt Paul Krugmann vom Kieler Institut für Weltwirtschaft den weltwirtschaftlichen Preis. Werke – der Mythos vom globalen Wirtschaftskrieg Eine Abrechnung mit den Pop-Ökonomen Campus Frankfurt 1999 ISBN 3-593-361-477 Die große Rezession Was zu tun ist, damit die Weltwirtschaft nicht kippt? Campus Frankfurt 1999 ISBN 3-593-363682 Ohlstein, München 2001 ISBN 3-5487-0-054-3 Schmalspurökonomie Die 27 populärsten Irrtümer über Wirtschaft Campus Frankfurt 2000 ISBN 3-593-36287-2 Ohlstein, München 2002 ISBN 3-5487-0-0756 Der große Ausverkauf Campus Frankfurt am Main 2004 ISBN 3-593-374-374 Nach Busch Das Ende der Neokonservativen und die Stunde der Demokraten Campus Frankfurt 2008 ISBN 978-3-593-385-655 Bundeszentrale für politische Bildung Bonn 2009 Timit Mauriz E. Obstfeld Internationale Wirtschaft Theorie und Politik der Außenwirtschaft Achte aktualisierte Auflage Pessen Studium München 2009 ISBN 978-38273-7361-8 Die neue Weltwirtschaftskrise Campus Frankfurt 2009 ISBN 978-3-593-38933-2 Mit Robin Wells Volkswirtschaftslehre Schäfer-Püschel Stuttgart 2010 ISBN 978-3-7910-23397 Mit Winfried Flug American Dream Eine Weltmacht in der Krise Campus Frankfurt am Main 2011 ISBN 978-3-593-395-3-1-9 Vergesst die Krise, warum wir jetzt Geld ausgeben müssen Campus Frankfurt 2012 ISBN 978-3-593-397-2-9-0 3. O-K-A-N-A-N-A-N Untertitelung des ZDF, 2020